Haben eure Eltern früher mit euch viel über Geld und ihre Geldprobleme gesprochen? Habt ihr deswegen ein gutes oder eher ein schlechtes Money Mindset entwickelt? In diesem Video haben wir 8 Tipps für euch, wie ihr es besser machen könnt und bei euren Kindern für ein gutes Money Mindset sorgen könnt. Und das ist die Grundlage für späteres finanzielles Wohlbefinden bei ihnen. Ich bin Saidi von Finanztip, viel Spaß bei diesem Video. Wir kriegen ziemlich oft Nachrichten nach dem Motto Hey Saidi, das was du machst ist wirklich klasse. Das sollte schon in der Schule beigebracht werden. Naja, das stimmt schon, aber eigentlich beginnt die finanzielle Bildung nicht erst auf der Schulbank, sondern schon im Kinderzimmer. Ihr wisst natürlich, Kinder lernen vor allen Dingen durch Nachahmung. Sie beobachten total genau, was ihr als Eltern so macht und das natürlich auch beim Geld. Und das bedeutet, das was ihr ihnen an euren finanziellen Gewohnheiten so vorlebt, das ist viel wichtiger als das, was ihr ihnen an Wissen beibringt. Typisches Beispiel, es reicht halt nicht den Kindern einfach nur zu sagen, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Gut, sondern ihr müsst ihnen das mit dem Sparen halt auch wirklich vorleben. Die Kinder merken ganz genau, wenn das, was ihr sagt, nicht zu dem passt, was ihr wirklich tut. In diesem Video haben wir euch mal gezeigt, wie so ein toxisches Money Mindset eigentlich zustande kommt. Aber wie könnt ihr das jetzt machen, dass ihr als Eltern euren Kindern gute finanzielle Angewohnheiten auch vorlebt? Dazu kommen wir gleich noch. Denn zunächst mal müssen die Kinder ja erstmal lernen, was Geld überhaupt ist. Übrigens soll das jetzt nicht heißen, dass die ganze finanzielle Bildung bei euch als Eltern hängen bleiben soll. Die gehört schon auch an die Schule. Und da engagiert sich übrigens die Finanztip Stiftung mit dem Projekt Finanztip Schule. Wenn euch das interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Und damit kommen wir zur Grundlage Nummer zwei. Geld ist real. Der TED-Talk-Speaker Adam Carroll hat dazu mal ein ziemlich extremes Experiment gewagt. Der hat von seinem Konto 10.000 Dollar abgehoben und hat seine eigenen Kinder zu einem Monopoly-Spiel aufgefordert. Und zwar hat er das Spielgeld im Monopoly durch diese 10.000 Dollar ersetzt. Sollte also möglichst real sein und dazu hat er auch einen Preis für den Gewinn des Spiels ausgelobt, nämlich von 20 Dollar. Ergebnis, das Verhalten der Kinder im Spiel mit dem echten Geld hat sich komplett verändert. Die waren viel vorsichtiger und berechnender bei ihren Einnahmen und Ausgaben, als sie das vorher mit dem Spielgeld waren. Was zeigt das? Naja, man muss Kindern eben zeigen, dass Geld wirklich real ist, dass das Ausgeben von Geld insbesondere auch echte Konsequenzen hat. Das Problem an so mancher Stelle, für Kinder ist Geld in unserer modernen Welt immer was ziemlich Abstraktes. Vor allen Dingen, weil es halt eben erstmal digital ist. Also ganz einfach, wenn ihr an der Supermarktkasse immer mit eurer Karte bezahlt, dann checken die Kinder gar nicht so, dass da wirklich Geld fließt und dass ihr das praktisch gegen Nudeln, Brot und Getränke eintauscht. Und in unserem digitalen Umfeld kommt das halt auch zum Beispiel in diversen Apps noch viel leichter vor. Zum Beispiel, weil Kinder dann in einem Handyspiel echtes Geld verzocken, weil sie gar nicht verstehen, dass dieses Geld tatsächlich vom Konto ihrer Eltern kommt. Zwei Tipps dazu, damit eure Kinder es vielleicht leichter haben. Besonders, wenn kleine Kinder dabei sind, also Kinder unter sieben Jahren, zahlt doch mal an der Kasse öfter bar, damit die das Geld auch wirklich mal sehen. Zweiter Tipp, gerade wenn eure Kinder klein sind, bringt sie mal wirklich in Berührung mit dem Geld. Mit anderen Worten, lasst die Kinder mal die Münzen beim zum Beispiel Eiskaufen auf den Tresen legen oder die Münzen ins Sparschwein stecken. Denn gerade diese haptische Berührung mit dem Geld, das ist so der erste Schritt zu einem soliden Bewusstsein fürs Geld. Beim Taschengeld stellt sich natürlich nicht nur die Frage, ab wann Kinder Taschengeld bekommen sollen, sondern auch wie viel. Und das ist natürlich nicht nur eine pädagogische Frage für viele Eltern, sondern auch eine finanzielle. Das Bundesfamilienministerium hat ein paar Empfehlungen rausgegeben. Bis neun Jahre, schlägt es vorher, sollen die Kinder maximal drei Euro pro Woche bekommen. So ab zehn kann man dann von Woche auf Monat umstellen und sollten es ab zehn vielleicht schon so 16 Euro im Monat sein. Und mit 18 dann schon eher so 60 bis 80 Euro im Monat. Und da seht ihr schon, das ist natürlich dann eben eine finanzielle Frage für die Eltern. Sinn macht Taschengeld natürlich auf jeden Fall. Denn es ist halt das erste eigene Geld, das die Kinder haben, bei dem sie dann lernen können, dass sie entscheiden können, ob sie es ausgeben wollen oder eben ansparen wollen. Und der eigentliche Betrag ist nicht so wichtig wie die Regelmäßigkeit. Also die sollen natürlich lernen, dass sie dieses Geld auch wirklich regelmäßig bekommen. Und deshalb im Zweifelsfall nehmt lieber einen niedrigeren Betrag, den ihr auch wirklich regelmäßig ausgeben könnt. Bei kleineren Kindern ist es so, die können halt noch nicht so weit in Zukunft denken. Deswegen macht da eine wöchentliche Auszahlung schon mehr Sinn. Bei Teenagern, die können dann schon lernen, etwas mehr vorauszuplanen. Deshalb das Monatliche. Egal, mit welchem Betrag beim Taschengeld ihr anfangt, spätestens dann ist euer Kind bereit, die nächste Grundlage zu lernen. Freude am Sparen. Kleinkinder sind natürlich von Natur aus ungeduldig und neugierig. Wenn die etwas haben wollen, dann wollen sie es meistens in aller Regel sofort. Und erst mit so drei Jahren beginnt da die sogenannte Impulskontrolle. Und die ist natürlich total wichtig, weil wir wollen ja nicht, dass sie jeden Ball automatisch hinterher rennen und damit einfach auf die Straße rennen. Und in dem Alter sind die Kinder dann auch meistens so weit, das Sparen langsam mal zu lernen. Und dafür braucht es in aller Regel ein Sparziel und zwar was möglichst Konkretes. Beispiel. Das könnte zum Beispiel eine Zeitschrift sein, die der Kleine oder die Kleine im Supermarkt sieht. Und dann kann man sagen, anstatt dass die die jetzt sofort bekommt, sagt, morgen bekommst du Taschengeld und dann kannst du dir die Zeitschrift davon kaufen. Und je älter die werden, desto größer werden natürlich auch die Wünsche und damit kann man dann auch längerfristige Sparziele verbinden. Zum Beispiel, vielleicht ist es irgendwie ein besonderer Modeschmuck, der, sagen wir mal, 30 Euro kostet. Und das kann man sie dann auch selbst rechnen lassen. Naja, wenn das jetzt 30 Euro kostet, du bekommst wie viel Taschengeld im Monat? 15 Euro, genau. Wie lange brauchst du dann? Wie lange musst du sparen, damit du das leisten kannst? Zwei Monate. Genau. So ein Sparziel beinhaltet dann schon eine ganze Menge. Zum einen natürlich die nötige Geduld dafür aufbringen, dann auch die Vorfreude natürlich auf das, was da kommt. Und auch das zu lernen, dass das Geld eben einen Gegenwert hat, der dann eben auch eine Eigenzufriedenheit herstellt. Und übrigens, auch da geht es wieder ums aktive Vorleben. Wenn ihr selbst Sparziele habt, dann sprecht mit euren Kindern drüber und macht das Sparen, also dass ihr dafür spart, euren Kindern auch sichtbar. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir, ihr plant einen Ausflug in einen Freizeitpark. Dann stellt ihr ein Glas auf und das beschriftet ihr auch. Zum Beispiel, 10. August, Freizeitpark sowieso, Eintritt für drei Personen, 60 Euro. So, und dann befüllt ihr dieses Glas nach und nach mit Münzen und so weiter. Auch wenn ihr euch den Betrag vielleicht auch auf einmal leisten könntet. Aber dann lernt das Kind, wie das halt langsam auch wächst. Die Münzen da in dem Topf, kann sich mehr drauf freuen, weiß auch, oh ja, da muss man was dafür zur Seite legen. Ob ihr dann wirklich an der Kasse vom Freizeitpark das Glas einmal umdreht, das könnt ihr euch noch überlegen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr dann den Eintritt, vielleicht zumindest bar bezahlt, hat das Kind bestimmt einen ganz anderen Bezug dazu. Weiß, wie lang das und gefühlt auch hart war, diesen Betrag anzusparen. Und ganz ähnlich könnt ihr es auch mit dem Taschengeld machen. Ihr könnt euer Kind selbst entscheiden lassen, wie viel es vom wöchentlichen oder monatlichen Taschengeld jetzt direkt ausgeben möchte. Und wie viel davon, zum Beispiel ein Sparschwein, wandern sollte fürs nächste große Spielzeug. Mit der nächsten Grundlage beim Thema Geld für Kinder gehen wir auf ein ganz neues Level. Kinderdepot. Auch für eure Kinder geht es ja nicht nur ums kurzfristige Sparen, sondern auch um den langfristigen Vermögensaufbau. Und auch da sollen sie so einiges lernen. Und da geht es natürlich darum, dass ihr schon am besten ab Geburt ein ETF-Kinderdepot eröffnet. Um eurem Kind also langfristig einen finanziellen Vorsprung zu verschaffen, ist es total sinnvoll, so früh wie möglich einen langfristigen ETF-Sparplan anzulegen. Wie ihr so ein Kinderdepot eröffnet und wie das mit dem Sparplan funktioniert, haben wir in diesem Video mal besprochen. Klar, solange euer Kind noch in den Windeln steckt, bekommt es natürlich von dem Depot nichts mit. Aber spätestens, wenn es so auf das Teenager-Alter zugeht, dann ist das für den Nachwuchs schon ziemlich interessant, was da auf dem Depot passiert. Und dann solltet ihr auch darüber sprechen, was ein Depot eigentlich ist, was Aktien sind und warum die zu einem langfristigen Vermögensaufbau einfach taugen. Und später kann der Teenager auch vielleicht entscheiden, wenn er das denn möchte, ob er, sie oder er, von dem Taschengeld vielleicht selbst was in das ETF-Depot dazu sparen möchte. Und spätestens mit 18 kann das Kinderdepot dann eben auch an den jungen Mann oder an die junge Frau direkt übergehen. Naja, und als Teenager, da fangen die an, sich so ihre Gedanken zu machen, was die Zukunft wohl so bringen wird. Welcher Job eigentlich für sie der richtige ist und auch, was so ein Studium zum Beispiel auch kosten kann. Und dann sind wir beim nächsten Thema, Budgets. Ich denke, es ist immer noch nach wie vor so, dass sehr viele junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, ohne zu wissen, was dabei hinten eigentlich für sie rauskommt. Sowohl finanziell als auch persönlich. Da können natürlich zum einen Praktiker helfen, einem Bild davon zu vermitteln, wie das eigentlich in der Realität so ist und ob das zu den eigenen Stärken und Schwächen auch wirklich passt. Aber wie kann jetzt so ein Teenager eigentlich herausfinden, ob die eigentliche berufliche Perspektive, die Vorstellung von dem Job auch zu den eigenen finanziellen Voraussetzungen und Ansprüchen passt? Mal ein Beispiel, sagen wir mal so ein Azubi, der vielleicht eben noch zu Hause wohnt, verdient dann so 500 bis 800 Euro im Monat. Und das ist ganz schön viel, wenn man halt kaum eigene Ausgaben hat. Und erst mit der Zeit lernt, eine Auszubildende oder ein Auszubildender, wie das dann ist, wenn man eine eigene Miete bezahlen muss, ein eigenes Auto hat, die Lebensmittel selbst kaufen muss. Und damit man am besten schon als Teenager darauf eben vorbereitet wird, was so die eigenen Vorstellungen, auch die eigenen Träume mal kosten, sollte auch ein Teenager schon lernen, mit Budgets zu haushalten. Wie kann so eine Übernahme von finanzieller Verantwortung dann aussehen? Mal ein Beispiel, vielleicht kann man so einem Teenager mal die Aufgabe geben, ein Event zu organisieren. Eine Familienfeier oder auch die eigene Geburtstagsfeier und dafür hat sie oder er dann ein festes Budget. Oder alternativ natürlich Ferienjobs. Das erste eigene Einkommen, von dem dann vielleicht auch bestimmte Sachen bestritten werden müssen. Oder überhaupt generell, dass eigene Kosten, je älter sie oder er wird, dann auch selbst bestritten werden müssen. Zum Beispiel vielleicht ein Teil oder auch die ganze eigene Handyrechnung. Da geht es natürlich nicht darum, dass ihr die Handyrechnung von eurem Kind nicht selbst bezahlen könnt oder wollt. Sondern es geht um finanzielles Selbstbewusstsein. Das ist nämlich mit Abstand der wichtigste Grundpfeiler für ein gutes Money Mindset. Nämlich das Gefühl, dass man finanziell selbstbewusst ist, also das Gefühl, selbst gut mit Geld umgehen zu können. Und dieses finanzielle Selbstbewusstsein, das haben auch Studien gezeigt, das wächst mit finanzieller Verantwortung. Also je mehr man selbst tatsächlich und je früher man mit Geld zu tun hat. Das hat also ganz viel mit Finanzkompetenz zu tun. Also wie man sich mit diesen Dingen auskennt. Und das lernt man halt letztendlich nur durchs praktische Tun. Und das gleiche gilt natürlich zum Beispiel auch in eurer Partnerschaft. Dass halt da auch das Umgehen mit Finanzen möglichst nicht asymmetrisch verteilt ist. Mit anderen Worten, dass sich nicht nur einer oder eine in der Paarbeziehung ums Geld kümmert. Sondern immer beide, damit beide auch finanziell kompetent sind. Genaues dazu haben wir mal in diesem Video mal erläutert. Und dieses finanzielle Selbstbewusstsein, das ist so wichtig. Denn das wirkt sich später auf so viele Entscheidungen aus, die schon einen großen Unterschied dafür machen, ob ich letztendlich ein glückliches Leben führe oder nicht. Da geht es um die Jobwahl. Habe ich da die richtigen Ansprüche? Kann ich das richtig einschätzen? Um Gehaltsverhandlungen. Wie sieht sich das an? Wo ordne ich mich ein vom Gehalt her? Und auch natürlich größere Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Familiengründung oder natürlich ein Hausbau. Und für dieses finanzielle Selbstbewusstsein gibt es einen ganz entscheidenden Faktor. Nämlich den Umgang mit finanziellen Problemen. Klar, es läuft nicht immer alles glatt. Und natürlich können Eltern und Familien auch mal in finanzielle Engpässe kommen. Und das ist dann für euch so ein gewisser Drahtseilakt. Einerseits wollt ihr natürlich, dass die Kleinen sich keine großen Sorgen machen. Dass die sorgenfrei aufwachsen können. Aber auf der anderen Seite sollen die natürlich auch kein verzerrtes Bild der Realität, sag ich mal, bekommen. Also ist die Frage, was meint ihr dazu? Sollte man mit Kindern offen über finanzielle Probleme, also eigene finanzielle Probleme sprechen? Wir sind der Meinung, sprecht finanzielle Probleme ruhig mal an. Aber es kommt natürlich auf die richtige Wortwahl an. Also mit anderen Worten, wie ihr so ein Problem richtig framet. Klassisches Beispiel. Kind will im Laden ein Spielzeug haben. Typische Reaktion von Eltern, die vielleicht ein bisschen knapp bei Kasse sind. Ja, nee, das können wir uns nicht leisten. Aber so etwas kann ein Kind vielleicht nicht richtig einordnen. Möglich wäre zum Beispiel ein Satz. Wenn wir das jetzt kaufen, dann können wir uns aber die neuen Schuhe, die du vielleicht auch gerne hättest, nicht leisten. Oder ihr sagt etwas wie, das Geld, das ich dafür vorgesehen habe, dir das Spielzeug zu kaufen, das haben wir diesen Monat leider schon ausgegeben. Aber nächsten Monat können wir uns das dann leisten. Mit den richtigen Worten könnt ihr auch echte Engpässe ganz gut kommunizieren. Zum Beispiel könnt ihr sagen, du, leider läuft es in Deutschland gerade nicht so gut. Und für uns ist jetzt zum Beispiel sowohl das Heizen als auch das Autofahren richtig teuer geworden. Das wird bestimmt wieder besser, aber deshalb können wir jetzt dieses Wochenende leider keinen Ausflug machen. Wenn die Kinder fragen, dann könnt ihr auch die komplizierten Hintergründe dazu ruhig erklären. Aber in vielen Fällen wird es schon reichen, da eben einen gewissen Kontext zu geben, um zu erklären, warum das jetzt mit dem Ausflug eben nicht geht. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps geben, denn uns ist es daran gelegen, dass da eine finanziell selbstbewusste nächste Generation heranwächst. Und dazu können wir alle als Eltern etwas beitragen. Wie war das denn bei euch? Haben eure Eltern euch da das richtige Handwerkszeug und das richtige Money Mindset mitgegeben? Und wie seht ihr das mit den Tipps für die finanzielle Erziehung eurer Kinder? Schreibt das doch mal unten in die YouTube-Kommentare. Ich freue mich da über jede Anmerkung und natürlich über jeden Like für dieses Video. Bis zum nächsten Video, euer Saidi.